Ich bin Rahel, arbeite für Hamilton als Elektronikerin, arbeite für die Abteilung Robotics und bin im dritten Lehrjahr. Mir gefällt es in Hamilton als Elektronikerin mega, dass ich extrem innovativ arbeiten kann, weil ich immer wieder mit neuen Mitarbeitern an Problemen arbeiten kann, wo wir dann die Lösungen suchen. Ich bin der Alessandro, ich mache eine Lehre als Elektroniker bei Hamilton Bonaduz, bin im dritten Lehrjahr und im Moment in der Abteilung Prozessanalytics. Meine Abteilung macht Sensoren, wo zum Beispiel ihre Lebensmittelfertigung eingesetzt werden und ich mache im Moment ein Gerät, mit dem man den Sensor und den PC verbinden und den Wert auslesen kann.